Heute stehen smarte Lösungen für den Transportalltag im Mittelpunkt. Wir sprechen unter anderem über intelligentes Ladungsmanagement. Doch zunächst wird uns Henrik Schniederbohns die Anbindung des Reifenkontrollsystems an das KRONE Telematikportal erklären. Guten Tag Herr Schniederbohns. Guten Tag, hallo. Wir sprechen heute über KRONE Smart Tire Monitoring. Was hat es damit genau auf sich? Bei dem KRONE Smart Tire Monitoring System sprechen wir von einem System, was KRONE eigens entwickelt hat. Es handelt sich um ein Reifendrucksystem, was sowohl Temperatur als auch den Druck in dem Reifen lässt von allen sechs Reifen am Fahrzeug. Wir bringen das System über das Ventil an. Dadurch haben wir den Vorteil, dass der Fahrer bzw. der Disponent immer weiß, wenn er den Reifen runter nimmt, wo sich der Sensor befindet. Also hat man den Status aller sechs Reifen in Echtzeit im Überblick. Genau. Der Fahrer bzw. der Disponent hat die Möglichkeit, die Temperatur als auch den Druck der Reifen zu überwachen. Dadurch hat er immer den Reifenzustand im Blick und er kann immer mobil auf der Straße bleiben mit seinem Fahrzeug. Wir haben noch eine weitere Innovation auf dem Stand. Das ist die KRONE Smart Scan. Dafür haben wir einen Innovation Award gewonnen. Das würde ich Ihnen jetzt einmal gerne zeigen. Okay, gerne. Das System scannt die Ladung und den Laderaum mit Hilfe einer Kamera. Die befindet sich da oben. Dies ist die Kamera, worauf ein Algorithmus stattfindet. Man sieht hier deutlich, welche Fläche beladen ist und welche frei ist. Wir haben die freie Fläche in grün gestellt. Das rote ist die beladene Fläche und dadurch weiß der Disponent bzw. der Fahrer immer, ob er noch Platz in seiner Ladefläche hat oder eben nicht. Genial. Die KRONE Smart Scan Kamera hat noch einen weiteren Anwendungsfall. Das heißt, das ist die Anbindung an die Frachtenbörse. Das nennt sich bei KRONE Smart Capacity Management. Das kann Ihnen der Kollege Tim Kurk aber gerne erklären. Perfekt. Guten Tag, Herr Kurk. Schönen guten Tag. Ihr Kollege Herr Schniederbrun hat mir gerade erklärt, es gibt eine Verbindung zwischen KRONE Smart Scan und der Frachtenbörse. Wie sieht diese Verbindung aus? Die Frachtenbörse ist eine Börse für Transportdienstleistungen. Hier werden Anbieter für Laderaum und Frachtgut zusammengebracht. Unser System Smart Scan ermöglicht es durch die Analyse des Laderaums, dass wir freie Stellplätze und Kapazitäten ermitteln können, detektieren, an das KRONE Telematics Portal übergeben und andererseits auch an die Frachtenbörse selbst. Sozusagen ein smartes Ladungsmanagement. An welchen Stellen profitiert der Kunde davon? Der Kunde profitiert davon, indem wir es schaffen, die volle Auslastung des Trailers zu gewährleisten. Immerhin sind mittlerweile im deutschsprachigen Raum über 25% Leerfahrten oder Teilbeladung auf dem Trailer vorhanden. Und wir ermöglichen es durch die Detektion und Darstellung eine transparente und lückenlose Verfolgung der Güter und auf freien Stellplätze im Portal. Somit können zukünftig Leerfahrten reduziert werden und die Transporteffizienz für den Kunden steigt.